Das ist mein Vlog-Start. Let's go! Es ist krach. Hey, aber jetzt gerade über die Auto mal einfach oder was? Ja, Bro, was macht man jetzt? So fängt das Reboot an. Ich mein Video. Ja, perfekt, Digga. Was heißt das jetzt für mich? Ich hab hier so einen SOS-Knopf von Mercedes. Soll ich den drücken? Ist das der? Nein, ich weiß nicht, wofür der da ist. Aber ich bin doch in den Riesingsmann von Mercedes. Welcher ist das denn? Ist das auf meiner Seite? Ja. Ach, nö. Wie weit sind wir entfernt? Noch vier Stunden? Ach, nö. Hier kracht's. Ja, der Zug ist abgefahren. Der fährt nicht mehr. Alter! Ich bin Unglücksbring... Ey, man hört's ja richtig. Ja! Ja, der Zug ist abgefahren. Ey, ich hab noch nie in meinem Leben einen scheiß Platten. Warum sind wir jetzt hier? Dieses Auto ist ne Zumutung, hä? Smiley. So geil. Oh mein Gott. Die Hautanlage ist ja ganz schlimm auch. Ah! Da hinten ist der Zoll btw. Da wird irgendjemand grad komplett auseinander genommen. Krass. Aber wer? Ja, nicht ich. Keine Ahnung. Ne, wer das wissen wollte. Oh mein Gott. Mach mal Hugo nach? Ja. Ja, war schlecht. Okay, warte, warte, warte. Du musst schon ne Situation schaffen. Hugo, findest du Vivi ist nicht nur ein Kuscheltier? Ja. Ja. Halt's Maul. Oh mein Gott. Die KM, du bist der Beste. Du kannst es nicht. Okay. Max, erzähl mir etwas über deinen Fetisch. Äh. Ach so. Mein Fetisch? Ja. Okay. Nackt sein. Nackt sein. Ja. Ist das dein Fetisch? Ja. Alles klar. Hör auf jetzt. Guck mal, du bist schon durch mit der Channel. Ach du Scheiße. Das ist die Suppe, die er trinken muss. Davor darf er nichts essen. Der ist so dumm dafür. Er stickt einfach. Warte, zeig mal kurz deine Augen. Ja, der hat mit Roat gechillt. Das sieht man. Der war mit Roat. Du hast gekippt. Das ist wegen der Channel. Hast du dir Drogen genommen? Nein. Das ist richtig gelb. Das ist richtig gelb. Hast du es gemacht? Das ist richtig. Hoko, wenn du Drogen machst, dann fliegst du auf unser Restaurant Team raus. Ich habe meinen Camp vergessen. Ich habe mir jetzt gedacht. Gehen wir nächste Woche Craft Detect spielen? Nächste Woche Craft Detect spielen. Wo bist du denn hin geblieben? Digger. Craft Detect? Craft Detect. Entschuldigung. Nicht up to date. Schade. Hier wird jetzt Essen gemacht. Wir machen Burger. Was ist das? Zwiebeln. Ne, ich meine, was machst du? Ach so, ich mache die kleinen, weil Sebastian das nicht hingekriegt hat. Fein Wegloch. Aber was wird daraus? Ja, wir haben hier nur so gematscht. Ja, aber die sieht jetzt Zwiebeln und dann wieder eine Sofa. Boah, das ist voll komisch, das da rein zu ditchen mit dem Finger, gell? Das ist ein bisschen wie so... Weiß ich nicht. Zwei, die macht uns das Steak. Wir stellen uns jetzt mitten rein, zwischen alle und hauen uns das Steak rein, dieser zu zweit. Wir klauen den Steak rein, der kriegt Luft. Was? Wir klauen den. Wir klauen den. Für uns beide. Ja, wir ohne Sebastian. Ja, wir sitzen dann... Wir setzen uns mitten rein, zwischen alle. Und ihr, wie verringerts das? Was? Der ist nur am Kaffee trinken, aber weißt du, das Ding ist? Stell dich mal so hin, wie du gerade eben standest. Pass auf, schaut euch das an, wie der da stand. Der stand da so und hat sich das Geschehen angeschaut. Da waren Leute kurz vorm Brechen und er steht da die ganze Zeit mit dem Kaffee und genießt die Show. Noah auch kurz vorm Brechen, denn wenn er sieht... Ich glaube, das ist eine Geschmacksexplosion. Die Erdbeeren, die Erdbeeren. Kann auch gut sein. Aber Erdbeeren muss man meistens immer zuckern. Das ist schon sehr süß. Der wurde heute schon fast gezwungen aufzuhören, ne? Der war halt komplett im Arsch. Ja. Und dann kam Rewe und dann ging es wieder besser. Aber nicht wegen Rewe. Ich bin gespannt. Ich schmeckt, Alter. Darf ich? Leck, komm. Jungs. Warte, ich will einmal kurz ein Foto machen. Das ist lecker. Aber ich habe ein bisschen das Bratsalat mitgenommen. Das schmeckt... Das schmeckt... Oh mein Gott. Ich bin gespannt, wie es dir jetzt schmeckt. Du hast ja noch ein bisschen Geschmack. Oh mein Gott, das Bonus. Echt? Das ist krass. Und? Nee, das ist lecker. Ich glaube, es ist nicht so schmeckt, als ob es schmeckt ist. Das ist krass. Einmal in meiner Ulmer Wohnung habe ich meine Toilette genau neben der Badewanne. Dann habe ich mal so eine halbe Stunde Session gehabt. Dann bin ich wirklich... Ich habe meine Beine gar nicht mehr gespürt. Dann bin ich aufgestanden, weggeknickt, in die Badewanne reingefallen. Klassiker wie Beethoven. Ja, aber das ist ein Vlog. Ja. Schneid raus! Ich habe vorhin auch im Stream gefragt, ob er uns mit seinem Fortnite-Rift zum Event teleportiert. Fand er nicht so witzig. Kann er zu Gamescom, ne? Ja. Damit der Zug auch mal ankommt, ne? Auf den fuerzaudeln... Oh. Nachhafter! Nachhafter! Nachhafter. Nachhafter! Mit Ihrem Kuss! Alle sind am Geiern! Haben so Hunger! Wie geht's dir? Hast du Hunger? Ja. Wir vloggen einfach gegenseitig. Inception. Ich hab so Hunger! Also, ich habe auch Food sind relativ simpel. Ich habe ja jetzt keinen Toaster hier und dadurch, dass ich keinen Toaster habe, muss ich das in diesem scheiß Waffeleisen machen. Normalerweise tostet man das einfach. Was ist das? Finkeltoastbrot. Was ist das? Sandwich Toaster. Das ist dann so witzig. Schönes Waffeleisen auf jeden Fall. Das ist ein Sandwich Toaster. Du hast Waffeleisen gesagt. Habe ich? Nein, nein, ich bin schon zu alt. Auf jeden Fall macht man großzügig Magerquark drauf, wirklich großzügig. Und dann? Du wirst es genau so nachmachen. Aber wichtig ist Dinkeltoastbrot. Für den guten Schiss. Obwohl ich es noch nie gegessen habe. Also nicht richtig. So und dann? Jetzt bin ich gespannt. Und das mache ich jetzt nicht, weil ich hier Kamera habe. Sondern das mache ich immer genau so. Oh, das soll ich starten. Jetzt werden wir ganz leid. Nein, nein, das ist nicht viel. Okay, es ist viel, aber da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Ja, ein Dipper geht noch. Also machst du nur eine Seite Quark? Ja, ja. Eine Seite Quark. So. Schön dick. Das muss richtig, richtig dick sein. Du kombinierst zwei super Sachen. Nämlich Quark, also Speisequark, der aus Milch besteht. Schokolade und Schokolade, was ja auch mitgestallteil Milch ist. Und das, was zusammen ist, köstlich, schmächtlich. Und wenn du da rein beißt und die goldene Mitte... Das ist deins. Digga, ich kann legit nur so ein Teil essen. Nein, vertrau mir, Digga. Mein Bauch ist jetzt so kleiner geworden. Es ist egal, wo du beißt, du musst drücken, dass das ganze Nutella in deine Fresse spritzt. Mach den Fels. Wird's nicht getoastet? Wir haben keinen Toaster hier. Filmst du hier immer noch? Nehm ich. Wir haben echt noch nie jemanden in Frankfurt gesehen ohne Fett. Also ich finde, ich bin begeistert. Du hast mir was Weiß beigedracht heute. Wirklich. Grüße gehen raus an meine Magen. Perfekter Fahrverlauf oder was? Wenn die so schön umregend sind, sind die ganz dick. Der ist von allem einfach der Beste. Der hat die beste Dicke. Schön weich. Du wirst dich gut drehen. Ist nicht zu knusprig am Rand, aber etwas knusprig. Die Farbe sieht gut aus von beiden Seiten. Schön umregend. Warum guckst du da? Nein, nein. Das ist eine Farbelehre hier. 1A. Ich lerne heute einiges. Du kannst das machen mit deinem Magen, aber du darfst deinen Boxerschutz nicht zeigen. Perfekt. So ist gut. Ich hab gar keine Ahnung. So ist gut. Da sieht man ihn aber. Ich schreize nicht, es ist da guter Leute. Du hast mich kaputt gemacht. Der hat so gestoppt. Die Bananen und die Erdbeer da drin waren zu viel. Das war zu gesund, oder? Ja, ja. Ne, das nicht. Ne, das war zu viel. Sehr gut. Freut mich, dass es euch geschmeckt hat. War lecker. Was geht? Wir haben 6.20 Uhr. Ich bin jetzt zu Hause. Ich gehe jetzt schlafen. Es war ein wilder Trip. Ich hatte so viel Spaß heute. Das glaubt ihr euch. Es war richtig, richtig schön. Deswegen könnt ihr gerne hier ein Follow da lassen. Ein Like abonnieren. Twitch abonnieren. Ihr kennt's. Ich bin fast daily live. Also, ja. War richtig cool heute. Wir sehen uns. Ich gehe jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.